Hallo, ich bin's wieder eure Tess Danessa. Ich habe heute für euch einen Last-Minute-Karneval-Faschings-Look und zwar die Goldene Göttin. Dafür war ich selber auf dem letzten Drücker in der Drogerie und habe mir da zwei, drei Sachen aus der Faschings-Abteilung geholt, um den Look zu kreieren. Als allererstes hatte ich mir ein goldenes Colorspray geholt für die Haare und das habe ich mir auch so reingesprüht, dass es so ein bisschen Gold wirkt und habe mir die Haare sonst einfach mit so einem krassen Wachs, was wirklich ja sehr zurückgegelt, die Haare einfach zurückgegelt und hinten in so einen Zopf gemacht. Kann man aber auch offen tragen. Dann habe ich mir einfach ein weißes Shirt herausgesucht und das ebenfalls mit diesem farbigen goldenen Haarspray angesprüht, damit das auch so ein bisschen passend ist zur Göttin. Ansonsten habe ich mir falsche Wimpern aufgeklebt, weil ich das sehr passend finde zu diesem Look und ja, den Rest, den seht ihr jetzt im Video. Ich starte mit dem Highlighter von L'Oreal in der Farbe Gold und den trage ich mir einfach großflächig auf mein ganzes Gesicht. Das muss auch gar nicht so ordentlich passieren. Es soll halt lediglich eine schöne Grundlage schaffen für die darauffolgenden Goldtöne. Ich verwende einfach einen ganz normalen Foundationpinsel dafür. Man kann auch einen Beautyblender nehmen oder die Hände, je nachdem wie man es gerne hat. Nun habe ich so ein Klauenweiß und das trage ich mir einfach auf die Stellen in meinem Gesicht auf, wo ich dann gerne mit den Goldtönen arbeiten möchte. Und das mache ich deswegen, damit sich das nochmal so richtig schön von der Hautfarbe abhebt und wirklich richtig schön Gold schimmert. Nun habe ich hier ein sehr kräftiges Gold in so einer Gelkonsistenz und auch das trage ich einfach mit dem Pinsel auf. Da ist man ganz frei und wie man das gerne machen möchte in seiner Kreativität. Man kann das, wie ihr gesehen habt, auch mit aufs Ohr geben, in die Haaransätze, den Hals hinunter. Und ja, ich habe mich halt so für ein paar Gesichtspartien entschieden und fand das ganz gut, wenn ich eben nicht das ganze Gesicht in diesem Gold mache. Wenn man das möchte, kann man das aber auch. Nun habe ich einen anderen Goldton und zwar so einen eher schimmernden, bronze-kupferfarbenen. Den gebe ich einfach nochmal über das dunklere Gold, damit das so ein bisschen besser verblendet ist und nicht so streifig aussieht und eben auch nochmal diesen gewissen Glow verleiht. Wenn ihr ein T-Shirt tragt mit so einem Ausschnitt wie ich, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr euch auf jeden Fall auch den Hals mitschminkt. Sonst ist das kein schöner Übergang vom Gesicht zum Hals. Ich verblende das jetzt alles einfach noch so ein wenig, wie mir das gefällt. Und ja, da kann man auf jeden Fall ganz frei sein und das machen, wie man es schön findet und wie es einem gefällt. Und vieles ergibt sich ja auch immer, wenn man einfach dabei ist, sich zu schminken. Und es ist auf jeden Fall ein sehr schneller Prozess und einfacher Prozess vor allem, sich da einfach verschiedene Goldtöne im Gesicht aufzutragen. Damit auch meine Augenbrauen ein bisschen Gold schimmern, habe ich da einfach einen goldenen Lidschatten und gebe den nochmal in meine Naturhaarfarbe, in meinen Augenbrauen. Und somit wäre das Gesicht schon mal fertig. Nun kommen wir weiter zu den Augen. Da habe ich ein braun-bronze-Kupferton gewählt und darauf folgend ein kräftiges Schwarz. Auch da müsst ihr gar nicht so ordentlich arbeiten. Das darf ruhig so ein bisschen viel aussehen und die Augen schön umrandet. Es soll auf jeden Fall auffallen und sich auch von dem Gold nochmal abheben. Achtet darauf, dass ihr vielleicht nicht so starke Kanten habt. Ansonsten ist das aber in Ordnung. Und in meinen Innenwinkel gebe ich nochmal ein kräftiges Gold. Das ist das, was ich auch in den Augenbrauen verwendet habe. Und ein Kajal zum Abschluss, damit das Auge nochmal mehr Tiefe hat. Ich hatte ja künstliche Wimpern schon aufgeklebt und die verbinde ich nun mit einer Mascara nochmal mit meinen echten Wimpern. Und dann wäre das Augen-Make-Up auch schon fertig. Nun kommen die Lippen. Auch da nehme ich wieder das Clown-Weiß, damit sich das Gold schön abhebt. Und hier verwende ich tatsächlich einfach einen flüssigen Lidschatten. Das ist der aus dem Absolute New York Trio aus dem Pink Melon Förderkreis. Und ich fand diese Farbe so toll und dachte, oh, das ist super für die Lippen. Und wie ihr seht, es lässt sich total gut auftragen. Also ich war total begeistert. Und darüber gebe ich nochmal diesen goldenen Lidschatten, den ich auch für die Augenbrauen verwendet habe. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal ein bisschen von dem eher kupferfarbenen zu nehmen. Und meine Lippen damit nochmal so ein bisschen von außen nach innen zu umranden. Damit die Lippen nicht einfach nur Gold sind. Ja, und da wäre der fertige Göttinnen-Look. Viel Spaß beim Nachmachen! Vielen Dank!